Hallo zusammen, in diesem Video habe ich einige Informationen für euch über das Super Skinny Shampoo aus der Smoothing Serie von Paul Mitchell. Das Super Skinny Shampoo ist ein sehr mildes Shampoo mit sehr milden Tensinen. Es sorgt dafür, dass die Oberfläche der Haare beruhigt wird und eben auch euer Haar von innen heraus geglättet wird, wie durch den Super Skinny Komplex, der natürlich auch hier im Super Skinny Shampoo zu Hause ist. Dieser sorgt dafür, dass eben die überschüssige Feuchtigkeit nach außen getrieben wird aus dem Haar heraus und somit die Trockenzeit der Haare verkürzt wird. Wie gesagt, ein mildes Shampoo, welches die Oberfläche eurer Haare beruhigt und ihr dadurch ein sehr glänzendes, glattes Haargefühl danach habt. Viel Spaß mit dem Super Skinny Shampoo.